So, Freunde, willkommen zurück bei OVN, The Blind Forest. Weiter geht's. Ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe. Ich werde es mal etwas anders ausprobieren. Okay, so, oh shit. Oh Gott. Kann ich, bin ich da runter? Warte, ich gehe mal da runter. Vielleicht ist da ja was. Oh. Moment, wir haben vier Scheiben, wir brauchen noch nur vier. Okay, die Frage ist, also was haben wir da hinten noch? Das will ich jetzt, das will ich wissen. Ich will da hin. Okay, muss ich da wieder drauf? Alter. Was war das denn? Oh, hier haben wir viele Tote gesammelt. Das, äh, ja. Und ich vermute mal, es wird, es wird wahrscheinlich genauso weitergehen. So, wie soll ich jetzt wieder zurückkommen? Fragezeichen. Egal, ich gehe runter, ist mir egal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kugel überhaupt brauche, aber ich nehme die jetzt einfach mit. Gehe da runter und dann ist gut. Ich werde es mal kurz hier. Kommt uns ja hinterher. Oh. 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 Okay, rein damit. Halt herrlich. Okay. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Och, nö. Das ist so traurig. Oh. Ich vergaß, dass wir wieder uns richtig bewegen können. Ich frage mich, ob Gru von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Okay, wie soll das jetzt so gespitzwollte? Boom! Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, hey, hey, hey. Ja, ich weiß Okay, da kann ich drauf Möchte ich aber eilen Immerhin Kommen wir schon mal ein bisschen weiter jetzt Warum Wenn wir oben drauf stehen Kann uns das Ding doch eigentlich gar nicht treffen Es geht da unten drunter her Warum denn? Oder habe ich mich da verguckt? Wartet mal, ich guck mir das nochmal an Ja, ich weiß Danke Schnauze Ja Eigentlich kann uns das da oben drauf nicht treffen Ne, au Oh, schau Eigentlich nicht Ne, es wird zu knapp Was bauen die hier eigentlich auch für Todesfeier Aghsa Ich är villigی Wie geht's haben? Ich kann mich Theatre ayım Wir bleiben hier auch bestimmt nicht lange allein. Oh. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Aber da kommen wir noch nicht rein. Oh oh. Die Surin sind alles, was von dem Gumo übert sind. Sie erinnern uns an das Schicksal. Gumo hat den verloren, die er liebte. Daher ist der Letzte seine Art. Ebenso wie du. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel. Und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Warum habe ich so gefühlt, dass das eine ganz ließe Idee ist, was wir gewaffen haben? Bewegt ihn. Warum habe ich so gefühlt? Warum habe ich so gefühlt? Warum hat er so gefühlt? Alter. Alter. Deshalb noch schlimmer als der Wasserbaum. Oh, Nioh okay Soll ich mich selber da reinschießen? 2 Wasservorstellungen sind tot! Herzlichen Glückwunsch! 2 Wasservorstellungen sind tot! Herzlichen Glückwunsch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich sag einfach mal, im nächsten Part wird das schon, also bis dahin und ciao!